Was ist das denn? Was ist das denn? Hey, in Basel ist es mir nicht mehr so wohl, weil ich habe gerade mitbekommen, dass ein paar Schilder aufgehängt worden sind mit meinem Gesicht drauf. Hier haben wir einfach einen Office-Warf. Und hier hinten sind die Kostums-Budelgruppen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn hier? Homematch, um zu formen den Gangs. Wir machen ein paar Promotionen für diesen wunderbaren Film. 20 Regles für Sylvie. Und wir versuchen Menschen, um die Regeln zu verbreiten, um die Regeln zu machen. Dope. Stuff. Mary Jane. Das ist illegal. Dope. Stuff. Plays. Mary Jane. Das ist illegal. Ich kann mich noch nicht filmen. Chefi, was... an was du hörst? Weed Van. Weed Van. Weed Van. Alte. Im Moment sind wir an diesem Platz in der Schweiz. wo die meisten Regeln gefloppt werden. Nehmen wir vor dem Bundeslisch. Jetzt sind wir auf dem Bären von Lausanne, jetzt gehen wir hier ein paar Regeln, wir können uns noch brechen. Alles Gute steckt in der Tür. Und hier du anscheinend kiffst. Hier ist der Vorstehen. Ah, genau. Nein, 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 das ist kein Finist. Und wir gehen zu der Party. Hohoho, all righty, dirty. Und wie schmeckt die Magic Mushroom? No sex, no drugs, no alcohol. Und wie schmeckt die Magic Mushroom? Bei den Drunk. Bei den Drunk? Okay. No sex, no drugs, no alcohol. No sex, no drugs, no alcohol. Kein Motorrad. No drugs, no alcohol. Es ist rot, rot. Rot. Nicht schnell zu rechts. Ist gut. Es ist rot. Ich werde jetzt mal die nächsten Zeiten in Zürich sein. Und mal schauen, wer ich da trotz so krass da geht. Okay. No drugs. Ich werde mich da trotz so закончiert. Okay, nein. Ich werde mich da mit meinem Willen. Okay, nein. Bei den Drunk. Ich werde mich da mit meinem Tiefnen. Aber ich werde dich da mit meinem Tiefnen. Ich werde dich da mit meinem Tiefnen.